Die CIRSA Schweiz AG ist seit drei Jahren vom März und bietet Dienstleistungen im Telekommunikationsinfrastrukturbereich an. Rund 100 Mitarbeitende sind für CIRSA tätig, unter anderem der Ruben Gomez, Mitglied der Geschäftsleitung und für die Arbeitssicherheitszustände. Unsere Sicherheitskultur ist im Unternehmen sehr tief verankert. Uns ist bewusst, dass unsere Mitarbeiter täglich an Gefahren ausgesetzt sind. Sie arbeiten zum Teil an Freileitungen in der Höhe, auf Mobilfunkanlagen oder im Strassenbereich. Auch Patrick Gehrig beschäftigt sich im Rahmen von ESG mit Arbeitssicherheit. Auf der Suche nach einer Modelllösung sind die beiden auf die Firma Lopsiger und Webapplikation Saveli gestossen. Wir sind sehr viel am Digitalisieren. Darum sind wir gezielt nach einer Lösung, die digital bereitstellt und wir auch arbeitssicherheitsrelevante Aspekte digital verwalten können. Mit diesem Tool, mit Saveli, das uns sehr stark im Wachstum unterstützt. Wir haben rund 100 Mitarbeiter und ein recht grosses Partnernetzwerk, das uns in der täglichen Arbeit unterstützt. Und um skalieren zu können, ist das die ideale Lösung gewesen. Zudem muss man auch sagen, dass wir durch die Dokumentenablage, die Saveli beratstellt, die anhand von dem IKS-System aufgebaut ist, uns eine sehr klare Struktur gegeben haben. Zusätzlich, und das ist sehr, sehr wichtig, ist, dass sie viele Vorlagen beratstellen, die uns ein gewisses Know-how geben, wo wir intern mehr aufbauen müssen, wenn wir das nicht hätten. Mit der Firma Lobsinger haben wir einen starken Fachexperten im Hintergrund, der uns in allen Anbelangen der Arbeit sicherheit unterstützt. Mit Saveli haben wir alle Nachweise, die erforderlich sind, sichergestellt. Das Tool ist sehr einfach bedienbar. Wir haben eine klare Übersicht. Wir finden sich sehr schnell zurecht. Wir bekommen regelmäßige Erinnerungen von Aufgaben, die einem zugeteilt wären. Man kann die ganzen Sicherheitsaudits zusammen vorausplanen und man kann relativ schnell skalieren. Die Vorteile sind sicher auch nach dem Audit, was man nicht mehr nachbearbeiten möchte. Man hat gerade eine Übersicht, was die Massnahmen sind und wie der Status ist. Die CIRSE Schweiz AG nutzt sämtliche Modulen von Saveli und alle bieten ihnen einen Mehrwert. Was bei uns sehr viel benutzt wird, ist sicher ein Instandhaltungsmodul. Ein weiteres Modul, das wir sehr oft in Gebrauch haben, ist das Checkliste-Modul. Unsere C-Bays sind sehr oft draussen und führen eine Checkliste, die Audits durchführen. Bei unseren internen Mitarbeitern wie auch bei unseren Suchunternehmern. Saveli haben wir die Funktion namens Quick Reports. Das heisst, wir haben einen QR-Gode. Der ist jetzt bei uns in den Büros, wie auch in jedem Fahrzeug von unseren Mitarbeitenden ersichtlich. Durch den QR-Gode können alle unsere Mitarbeiter zeit- und ortsunabhängig jederzeit einen Verbesserungsvorschlag oder einen Mangel melden. Bei der CIRSE Schweiz AG ist die Kombination zwischen Modelllösung und digitalem Tool sehr gut gedacht. Weil man sehen muss, dass nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart schon digital ist. Nur schon, dass man sehen muss, dass mit jedem Klick, mit jedem Audit, den man macht, ob man online oder digital in diesem Tool Daten generiert. Diese Daten kann man nutzbar machen und somit schnell sehen, wo ist das Verbesserungspotenzial. die Massnahmen, effiziente Massnahmen vor allem. Man wird schnell treffen, dass jede Person, jeder Mitarbeiter sich auf dem Arbeitsplatz sicher fühlt. Mehr dazu lesen Sie unter safety-security.ch